Und der Papst. Wollen Sie mal meine Beine sehen? Was? Hier. Halten Sie mal. Was Sie hier sehen, sind doch tadellose Beine, oder? Ja, sehr schön. Ja, jetzt? Aber vor einem halben Jahr noch, da waren da überall fingerdicke Wülste, blau und rot, mit altem Blut gefüllt. Mal ist mir so eine Ader geplatzt, so eine Außenstehende. Ausgesehen habe ich wie meine eigene Putzfrau. Und niemand konnte mir helfen, niemand. Da hat mir Putzfrau erst den Androsch empfohlen. Er hat ein Mittel reingespritzt, Ader verödet, kleinen Schnitt hier, kleinen Schnitt da, kleinen Schnitt im Schritt. Naja, das können Sie jetzt nicht so gut sehen. Altes Blut rausgequetscht, Ader rausgezogen, fertig. Aha. Ja, ja, der Mann ist ein Genie. Und ich habe mich persönlich bei ihm mit meinem ganzen Prestige, meinem gesellschaftlichen Background und meinem Charme dafür eingesetzt, dass er ihren blöden Ami überhaupt empfängt. Und so will ich das morgen auch haben. Kutsche, Weißwürste, Telefonaktion und hier in München, in meiner Zeitung und exklusiv. Ah, Telefonaktion.